Wie war Lumex Reaktion, als mein kleiner Bruder Max ihn komplett beleidigt hat? Hast du dir damit gerechnet? Lumex, du bist viel schlechter an Brawl als ich. Und du stinkst. Und du bist doof. Und du kannst kein Brawl spielen. Ich mach dich immer kaputt in eins gegen eins. Max, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Das stimmt gar nicht, Lumex!